Huhu, Bracket hier. Willkommen zurück zu Black Mesa. Ich bin auf der Suche nach dem Eingang zum Lamper-Komplex immer noch. Ich war schon vor der Tür, vor dem Tor zum Lamper-Komplex und das war eine Zeitverschwellung da rumzulaufen. Aber sie ging nicht auf. Oh, hallo. Habe ich gar nicht gewusst, dass hier hinten sowas ist. Hey, 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 hey. Du bist eine automatische Sentry Gun, oder? Naja, wie ich euch liebe. Vielleicht funktioniert das Ding ja. Ja, ich bezweifle es aber. Das funktioniert sowieso schlechter, als ich das aus Half-Life in Erinnerung habe. Da. Wunderbar. Drei Sentry Guns sind da gestorben. Drei. Ihr seid paranoid. Was habt ihr denn hier beschützt? Die Königin von England. Heiliger Scheibenkleister. Hm. Du warst schon tot, oder? Ja, ihr wart schon tot. Ich will den Hammer fahren. Hammer hat auch übrigens ganz schlechte Umsatzzahlen. Die verkaufen, glaube ich, keine Autos mehr, weil so langsam die Leute gemerkt haben, dass das eine dumme Idee ist, so einen Panzer zu fahren. Hey, Sentry Guns. Kann ich leider nicht benutzen. Das wäre nochmal toll, wenn ich die benutzen könnte. Wenn ich die selbst aufstellen könnte, diese fiesen Teile. Na ja, schauen wir mal, wo es hier reingeht. Bestimmt in einen Raum. Voller Aliens und Monster und Soldaten und Black Ninja Assassins. Also diese schwarz angezogenen... Der Lambda-Komplex. Diese schwarz angezogenen Frauen, wollte ich sagen. Der Lambda-Komplex. Der Reaktor-Komplex. Jetzt vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Ich muss mich... Ich muss mich... Beruhigen. Und hier diese... Dinger kaputt schießen. Ja. Kisten-Massaker. So. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Ich komme bestimmt überall Soldaten raus. Und essen mein Gesicht. Ah, hallo. Hier bin ich doch. Hier ist doch alles gut. Ja, legen wir mal den Schalter um. Das kann immer nur helfen. Oh. Du armer Sicherheits... Sicherheitsdienstleister. Wie auch immer. Wie auch immer ihr heißt. Ah, das ist wieder ein Aufzug. Dich will ich nicht aufheben. Hm. Aber ich will da oben rein. Das ist wieder ein Aufzug. Wahrscheinlich habe ich gerade den Strom für den Aufzug angestellt. Aber erstmal will ich gucken. Ah, ha, ha. Hallo. Kisten. Kisten mit nichts drin. Meine liebsten Kisten. Oh nein. Das ist wieder so ein Aufzug. Das war schon schwierig, auf so einem Aufzug runterzufahren, als da nur Headcrabs kamen als Gegner. Dann will ich ja gar nicht wissen, was da jetzt für Viecher kommen. Wahrscheinlich fliegen ja gleich die Aeons mit Highfans durch die Gegend und ich nehme die Schrotflinte raus. Ja. Bleib weg von mir. Ich will nicht spielen. Gucken wir mal runter. Aha. Vorsicht, Vorsicht. Hm. Ich will nicht. Wo bleiben die Gegner? Ich bin aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Wir sehen vielleicht jetzt endlich die Wissenschaftler, die Verbleibenden, die was damit zu tun haben, mit dem was passiert ist. Die uns sagen können, wie wir die Alien-Invasion beenden. Ja. Da ist noch ein Medi-Pack drin, aber sonst scheinbar nicht viel. Vielleicht noch Munition dahinter. Ah. Ich wegen zwei Lebenspunkten hebe ich das Ding halt auf. Ne, ne, ne. Haha. Spiel ich lieber mit dem Hub wahr. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, ich hasse ich doch. Okay. Dann schleicht Gordon Freeman jetzt ein bisschen. Höh. Hahaha. Hättest du wohl so gedacht, hä? Hahaha. Oh. Okay. Die Kiste ist kaputt. Warum? Ah. Du bist vorbeigekommen. Schön. Wunderbar. Du hast dir den Weg freigemacht. Hm. Alles noch im grünen Bereich. Ha. Okay. Da habe ich drei Lebenspunkte verloren. Und Schilde. In ungeahnter Höhe oder un... Keine Ahnung wie viele. So, jetzt sind wir hier im Lambda-Komplex. Sind wir im Lambda-Komplex? Ich weiß es nicht. Das da vorne sieht einladend aus. Da gehe ich direkt mal hin. Hier will ich rein. Okay. Vielleicht auch doch, nett. Ja, ja, ja. Alle Kisten zerstören. Alle Kisten zerstören. Unbedingt. Ich will Gabelstapler fahren. Ich habe keinen Führerschein dafür. Also, lassen Sie mich vermutlich nicht. Oh, hallo. Was kann ich hier machen? Hier kann ich... Nichts machen. Ich werfe den Computer weg. Ha. Nimm das, Computer. So. Ja, hier kann ich nichts machen. Dann schauen wir mal hier hinten. Hier hinten ist bestimmt noch was Tolles für mich. Da könnte ich vielleicht hochhüpfen. Oder hätte ich hochhüpfen können über die Kisten. Allerdings sind die Türen beide rot leuchtend. Das heißt, da komme ich sowieso nicht rein. Hmm. Ne, du bist auch kaputt. Okay, alles, alles, alles aufgeräumt mehr oder weniger hier unten. Bis auf das hier. Das heißt... Ja, nehme ich das Medi-Pack hier. Und hüpf hier rein. Komm. Schilde! Ja, hat sich gelohnt. Hat sich super gelohnt. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Okay. Okay, da oben geht es dann wahrscheinlich weiter. Muss es ja. Entweder da oben oder hier unten. Hm, hier unten nicht. Ne, hier oben. Da geht es dann rein. Ja, den brauche ich nicht. Ah. Ich weiß gar nicht, warum die mir diese ganzen Explosivwaffen geben. Warum ich die ganzen Granaten... Und wer diese Tretminen hier benutzt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wann man die benutzen könnte. Da muss man schon mehr weglaufen noch als ich, oder? Damit die Sinn machen. Oh, hallo. Da unten sind Schilde. Ihr wollt doch, dass ich da runtergehe, oder? Ja. Ganz viele Schilde. 45 wieder. Das heißt, ich kann noch ein bisschen Schaden nehmen. Kommt, greift mich an. Greift mich an. Ah, okay. Dann halt nett. Dann halt nett. 100, 100. Ich warte eigentlich drauf, dass ich die Soldaten höre, die sich hier unzweifelhaft rumtreiben. Wir sind jetzt im gefährlichen Materialienbereich von Black Mesa, was auch immer. Oh, hallo. Heilige Waldfee. Ihr seid ja überall und nirgendwo. Ich glaube, ich brauche mehr Lebenspunkte, um euch zu besiegen. Das sind diese Black Ops Assassins. Diese Frauen mit der Glocke in der Hand, die anscheinend die Summer Glow Schule der Athletik besucht haben. Und der Akrobatik. Hey, ich war am Nachladen. Nicht fair. Okay, da ist eine. Hallo. Wärst du so freundlich wohl zu sterben? Jetzt demnächst. Ich habe bald keine Lebenspunkte mehr. 21, 22, 23. Da. Ha, ich sehe dich. Du hast... Oh, ihr seid zu zweit jetzt. Nein. Mann, aber jetzt würde ich mich ja freuen. Mit zwei Frauen. Aber... Oh, oh, oh. Okay. Hey. Ich war noch am entscheiden, welche Waffe ich benutze. Ähm, Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ich weiß. So. Die sind beide noch am Leben auch. Ich habe noch nicht genug Schaden gemacht. Oh, eine ist tot. Eine ist tot. Okay, und ich habe noch 19 Lebenspunkte. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich nochmal probieren dürfen. Die sind aber zu schnell. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Hahaha. Okay. Okay. Ähm. Schrotflint. Oh, 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 oh. Hallo. Da, 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 da. Die folgen euch. Ja, haha. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Eine ist tot. Das ging schon mal viel schneller als letztes Mal. Oder eine ist tot, oder? Na komm. Zeig dich, zweite Frau. Nur weil ich deine Spielkameradin umgebracht habe, heißt das nicht, dass du keine Chance hast. Hm. Aber ich hoffe schon, dass es irgendwie stimmt, dass du keine Chance hast. Letztes Mal war sie hier hinten dann. Na komm. Nicht schüchtern sein. Ich werde nicht beißen. Aber mein Freund hier, mein Kleiner, wird beißen. Also, die High-Fant meine ich damit. Natürlich meine ich damit die High-Fant. Zeh, zeh, zeh. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die zweite hin ist. Und scheinbar mag die meine Waffe nicht. Hm, hm, hm. Auch das erste Mal, dass ich den höre. Ja. Da liegt sie. Hm. Ha, 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 ha. Du kannst mir nicht entkommen. Okay, mir schon, aber die bringen ja nicht. Das ist die perfekte Waffe für euch. Ha, nehmt das. Ganz schön viel Blut. Wunderbar, okay. Zweiter Versuch war es dann. Die Assassinen haben keine Chance gegen das Alien-Tentakel-schießende... Oh, hallo. Alien-Tentakel-schießende Thing. Hier, äh, Ding. Ha, 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 ha. Das ist richtig lustig jetzt mit der Waffe. Die hat ja nicht mal einen Schuss auf mich abbekommen im richtigen... Kommt er, Assassinen. Ich habe keine Angst mehr. Oh, hallo, flambarer... Flambare Kiste hinter... Okay, ich habe Angst. Ich habe gelogen, als ich gesagt habe, ich hatte keine Angst. Wo bist du? Ha, 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 ha. Ja, komm her. In die Luft hüpfen ist dann nur schlecht eigentlich. Es ist ein doofer Move von dir, gute Frau. Also, das ist ein Aufzug, den kann ich schon mal nehmen. Aber erst mal will ich natürlich alle Kisten kaputt machen. Und ich fühle mich auch viel wohler im Engen hier. Oh, hallo, Meditex. Ja, die Entwickler des Spiels wussten schon, was sie mir antun mit diesen, mit diesen Assassinen. Die habe ich ja zum Fressen gern. Na komm. Ach, komm. Die ist so schnell. Das ist einfach nur unfair. Okay. Ähm, eins, zwei, drei. Und dann gucken wir mal. Wo bist du hin? Wo bist du hingelaufen? Da. Okay. Du kannst jederzeit wieder von da kommen. Habe ich nichts dagegen? Das ist ein schöner, gerader Gang. Kannst doch von da kommen, wenn du magst. Kannst von überall kommen. Habe ich kein Problem mit. Aber komm nicht, wenn ich die Brechstange draußen habe. Das fände ich unfair. Ja. So, links, rechts, links, rechts. Niemand hier. Niemand hier. Wunderbar. Meditex, Meditex. Energieschilde. Und, oh. Oh, sie ist tot. Wunderbar. So muss es sein. Böse Frau. Böse, 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 böse. Ja, ja, ja. Und wo geht es hier lang? Hm, Sicherung. Ach so, okay. Im Kreis gelaufen. Im Kreis gelaufen. Alles im grünen Bereich. Hm. Nehmt das. Rechts, Assassinen, die ihr bestimmt noch überall seid. Ja, ich habe mich für den linken Gang entschieden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es rechts weitergeht. Hm. Oh, hallo. Was bist du denn? Ach so, du hast einen speziellen Anzug an. Also, sie ist auf jeden Fall anders aus als die anderen. Mehr, äh, farblich abgestimmt. Und, ja. Waben für, ja, Waben, Wabenmuster. Und zwei von den Dingern. Oh, nee. Ihr kommt jetzt auch noch mit zwei von diesen Waffen. Hm. Am besten, ich gehe in diesen Container und hoffe, dass jemand die Tür hinter mir zumacht und ich vergessen werde bis zur nächsten Eiszeit. Moment. Das wäre schön, nicht wahr, Gordon? Na, komm. Ich will tiefer hier rein. Ich will hier durch. Ja. Ich komme hier durch. Wunderbar. Na, komm. Ich hätte auch außen rumlaufen können, aber durch ist einfach viel lustiger nicht. Also, na. Okay. Lass mich über diese Reling hier. Jeden Moment nun. Okay. Okay. Ich bin da. Ich habe wieder festen Boden unter den Füßen. Dann schauen wir doch mal. Wo geht es denn hier lang? Wofür ist überhaupt dieser ganze Komplex? Das erscheint mir alles so ein bisschen irrsinnig groß mit vielen Aufzügen. Naja, weiter erkunden wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.